Es ist Sommerzeit und Sie fahren vielleicht in den Urlaub oder die Familie besuchen oder zu Freunden und Bekannten. Und da gibt es zur Sommerzeit einfach manche Problemchen. Ja, das Auto, das heizt sich auf und wird zum absoluten Gewächshaus. Oder aber, dass Sie vielleicht auch im Ausland unterwegs sind und dort natürlich sicher fahren möchten. Dass Sie immer Recht haben und auch Recht bekommen, möchten wir heute hier in dieser Sendung festhalten. Und vor allem möchten wir Ihnen auch super Möglichkeiten bieten, wie Sie die Sonne bei Autofahrten und auch bei Beginn der Autofahrt hervorragend ertragen können. Denn du hast uns clevere, nützliche Helferlein mitgebracht. So ist das, liebe Zuschauer. Und ich stehe hier auch schon an den richtigen Ort und Stelle. Und schauen Sie, wir haben das schon mal für Sie vorbereitet. Es geht hier jetzt tatsächlich darum, liebe Zuschauer, wenn Sie Ihr Auto abstillen, dann brauchen Sie irgendwas. Weil die Schattenplätze, die sind zurzeit extrem rar, um die Hitze einfach draußen zu halten. Das ist im Grunde hier Sinn und Zweck unserer Scheibenschutzfolie. Und Sie sehen auch hier, die ist im Grunde ganz einfach zu installieren, liebe Zuschauer. Wir haben das jetzt mal außen gemacht. Dann kann man die außen einfach hier mit den Öhrchen auch, wie Sie das kennen vielleicht von Ihrer Folie, im Winter. Wenn Sie hier quasi die Vereisungsfolie drauf machen, einfach an der Tür einklemmen. Sie können die aber auch ganz prima drinnen hinter der Scheibe einfach anbringen und dann mit der Sonnenblende fixieren. Aber Sie sehen es auch hier nochmal. Die ist großflächig, deckt also auch wirklich wunderschön einen großen Teil der Frontscheibe ab. Und das Ganze hier reflektiert das Sonnenlicht. Das ist ja wirklich hier das, worauf es ankommt, liebe Zuschauer. Das heißt für Sie, wir heizen hier den Innenraum, auch hier am Maturenbrett. Schauen Sie mal, da kommt nichts durch. Das heißt, hier sind auch wirklich die ganzen Materialien geschützt. Vor allem auch hier in dem Bereich, liebe Zuschauer, ist ja das Lenkrad. Vivian, ein heißes Lenkrad, das ist wirklich sehr unangenehm. Und Sie werden es in den letzten Tagen gemerkt haben, liebe Zuschauer, das ist wirklich so. Das Auto heizt sich auf 50 Grad, 55, 60 Grad. Da kann keine Klimaanlage im Auto dagegen anarbeiten. Das heißt, es ist wirklich sinnvoll, selbst wenn man wirklich hier ein hochmodernes Auto mit Klimaanlage hat, sich hier, wenn man das Auto abstellt und wenn man parkt, hier so eine Schutzfolie gegen die Hitze, gegen die Wärmeentwicklung hier im Auto anzubringen, liebe Zuschauer. Der Wärmestau, das ist ja auch was, was uns dann während der Fahrt extrem zu schaffen macht. Vor allem auch Kindern, Tiere, liebe Zuschauer, das ist hier wirklich das Thema, Vivian. Das ist hier wirklich das Thema und vor allem für 6,60 Euro ist das ein Thema der vergangenen Tage heute mit Ihrer Bestellung. Die Bestellnummer lautet NX 9732 und die 569. Andreas hat es gesagt, man merkt es natürlich auch, die meisten Fahrzeuge sind ja auch schwarz von innen gehalten. Da staut sich einfach die Hitze. Man setzt sich auf den Sitz. Man verbrennt sich, gerade bei kurzer Kleidung, auch im Oberschenkelbereich. Die Händchen tun weh, wenn man das Lenkrad anpackt. Und das kann man hier einfach tatsächlich Probleme von gestern sein lassen, wenn man jetzt agiert und diese reflektierende Universal-Sonnenschutzfolie bestellt. Ganz genau, liebe Zuschauer. Und vor allem hier ist halt auch, hier macht der Preis die Musik. Das ist völlig klar. 6,60 Euro. Vivian hat es gesagt. Das ist wirklich hier ein Knaller. Hier fast 50 Prozent gespart zur UVP. Die beträgt knapp 13 Euro, liebe Zuschauer. Kommt zu Ihnen nach Hause. Sie brauchen also nicht irgendwie jetzt los. Tieren in den Supermarkt. Einfach hier ganz bequem bestellen. Übrigens, das Ganze kommt in dieser praktischen Aufbewahrungstasche. Sie können die ganz einfach wieder ganz hier klein zusammenlegen. Kommt die wieder hier ins Täschchen rein, verschwindet bei Ihnen im Auto. Und beim nächsten Mal haben Sie die gleich wieder parat. Nehmen Sie sich gerne auch zwei, liebe Zuschauer, für die Heckscheibe. Das heißt, dann ist das Auto wirklich auch komplett geschützt. Und vor allem natürlich auch für das zweite Fahrzeug, falls Sie das in der Familie haben. Oder gerne auch für Kinder, die vielleicht auch Fahrzeuge haben, die jetzt nicht unbedingt luxuriös ausgestattet sind. Wo die Fahrt sowieso anstrengend wird, dass Sie da natürlich auch für die Kinder und Enkelchen, für das erste eigene Auto vielleicht auch gleich mitbestellen. Wichtig ist auch, dass wir Ihnen hier gleich ein Zweier-Set anbieten dürfen. Wir haben ja schon gesagt, bestellen Sie mehrere. Und hier kriegen Sie einen Vorteilspreis. Sie zahlen nicht knapp 13 Euro, sondern 9,45 Euro für zwei. Das ist natürlich genial. Also, jetzt bekommen Sie zwei, liebe Zuschauer. Aber schauen Sie mal den Preis an. Nochmal deutlich unter 10 Euro. Jetzt ist die Gelegenheit, sich hier wirklich zu schützen. Denken Sie daran, liebe Zuschauer, wir haben jetzt erst Ende Juni. Das heißt, der Juli steht uns bevor, der August, der September. Noch weit in den Oktober hinein kann es sehr warm sein. Vor allem eben auch mit dieser hochstehende Sonne, die dann hier das Auto aufheizt. Und hier unsere Scheibenfolie, liebe Zuschauer, die verhindert das Ganze. Die verhindert das Ganze, hier zu greifen mit der Bestellnummer NX 9733 und der 569 beim Zweier-Set, das Sie natürlich gerne auch mehrfach in den Warenkorb legen können und dürfen, wenn Sie möchten. Und dann sind Sie perfekt ausgestattet für die heißen Temperaturen. Wenn die Sonne mal wieder aufs Fahrzeug knallt, da haben Sie natürlich auch hier dafür gesorgt, dass die Sonne einfach reflektiert und abgeblendet wird. Wir machen weiter mit weiteren nützlichen Helfern und gehen mal zurück zu unserem Tisch hier. Da haben wir was für den Blendschutz. Jawohl, liebe Zuschauer, das ist bei uns wirklich ein Highlight, sehr, sehr beliebt. Da haben wir auch gleich noch Kundenzuschriften für Sie, die Sie auch begeistern und natürlich auch überzeugen werden. Aber ich glaube, unser Produkt hier, liebe Zuschauer, ist so gut, da müssen Sie gar nicht großartig überzeugt werden. Ich habe das mal hier für Sie vorbereitet. Schauen Sie mal, das hier ist Ihre Sonnenblende. Die ist ja serienmäßig bei Ihnen im Auto verbaut. Oft, liebe Zuschauer, sind die zu klein. Oder aber, wenn man sie runterklappt, schauen Sie mal, die ist ja nicht transparent. Da sieht man ja nichts durch. Das heißt, hier haben viele ganz eben oder ganz oft eben auch das Problem, dass das Sichtfeld dann arg eingeschränkt wird. Aber jetzt schauen Sie mal unsere Sonnenblende an. Die wird hier einfach drauf gesteckt. So einfach ist das hier Ihre Sonnenblende. Da stecken Sie sie drauf. Und jetzt schauen Sie mal hier. Jetzt haben wir hier zwei verschiedene Tafeln aus Acryl. So, jetzt klappen wir hier mal. Und wenn Sie jetzt unterwegs sind, liebe Zuschauer, haben Sie hier einen idealen Schutz. Gelb hier ist für abends und für nachts, liebe Zuschauer, gegen Blendwirkungen. Also alles, was mit Gegenlicht zu tun hat. Oder eben auch, liebe Zuschauer, mit Regen und Licht oder tiefstehende Sonne. Das ist ja auch ganz oft ein Thema. Liebe Zuschauer, schauen Sie sich bitte hier das Filmchen an bei Regen. Regen, aktuell haben wir das nicht so viel. Aber die tiefstehende Sonne und liebe Zuschauer, Regen. Jetzt sieht man hier eindeutig, Vivian, dieses Gegenlicht, wie es blendet. Hier sieht man es, wie es blendet. Aber mit Ihrem Tag und Nacht Blendschutz haben Sie spielend leicht hier die Möglichkeit, dagegen zu arbeiten. Und so haben wir zahlreiche Kundenzuschriften bekommen, die der Andreas eben schon angesprochen hat. So auch aus Süderheistädt, wo es heißt, der Blendschutz lässt sich sehr einfach befestigen. Da ich Brillenträgerin bin, spare ich mir bei Sonnenschein das Wechseln auf eine Sonnenbrille. Ja, auch das ist wichtig, dass Sie nicht erst die Sonnenbrille rauskramen müssen. Einfach Blendschutz runterklappen, um problemlos weiterfahren, ohne von der Sonne geblendet zu werden. Klasse. Das ist wirklich klasse, liebe Zuschauer. Also ganz, ganz, ganz viele, die uns geschrieben haben, die möchten darauf nicht mehr verzichten. Es gab sogar Menschen, die haben sich da selber was gebastelt, liebe Zuschauer, aus irgendwelchen transparenten Folien, um einfach diese Blendwirkung zu verhindern. Holen Sie sich das jetzt. Das ist speziell auch bei der Sonne hier richtig praktisch. Übrigens, die graue hier, die ist fürs Tageslicht. Und, liebe Zuschauer, jetzt, wo wir diese Sonneneinstrahlung haben, oftmals ist es ja auch so, viele stören sich an der Sonnenbrille. Hier brauchen Sie gar keine Sonnenbrille. Sie klappen einfach nur Ihren Blendschutz runter. Und dann haben Sie hier diesen tollen Komfort, dass Sie im Grunde mit Tageslicht fahren, aber die Blendwirkung oder auch die tiefstehende Sonne im Grunde neutralisieren hier. Genial, universal, passend für jede Sonnenblende. Gerne auch mehrfach zugreifen für die Beifahrer und für die Fahrerseite für 6,60 Euro mit der Bestellnummer NX 91 51 und der 569. Den Unterschied, den sehen Sie hier natürlich deutlich. Und unsere Zuschauer sind begeistert. Super Idee. Ich benötige die originale Sonnenblende vom Auto gar nicht mehr. Also sofort anschaffen. Tolles Fazit. Wir machen weiter mit ganz tollen Helfern für die Fahrt. Und da geht es wieder um das Thema beim Autofahren. Da kann leider Gottes einiges passieren. Und das haben Sie wahrscheinlich selbst auch schon gesehen. Jetzt stellen Sie sich mal den Fall vor. Sie sind unterwegs auf der Straße und man würde Sie zu Unrecht beschuldigen. Das ist doch was. Das trägt man jahrelang mit sich. Das wühlt einen immer wieder auf. Und man denkt, damals in der Situation, wir haben da die Hilfe für Sie. Eine Dashcam, liebe Zuschauer. Und wir haben uns lange darüber unterhalten, was ist wirklich das tragfähigste oder auch das schlagkräftigste Argument, das wirklich für den Gebrauch einer Dashcam spricht, liebe Zuschauer. Und da hat Vivian vollkommen recht. Denn das kennen Sie, liebe Zuschauer. Nicht mal so sehr vom Autofahren. Auch so im Alltag, wenn man wegen irgendetwas beschuldigt wird, wo man im Grunde völlig unschuldig ist, wo man nichts getan hat. Man hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, wird aber trotzdem belangt. Speziell beim Autofahren, liebe Zuschauer, kommt diese Tatsache hinzu, dass das Ganze sehr teuer werden kann. Denn so ein Schaden am Auto, der geht ja gleich in die Tausende. Und jetzt ist es natürlich so, liebe Zuschauer, wenn Sie hier keine Dashcam an Bord haben und nicht nachweisen können, dass Sie nicht schuld waren, dann, liebe Zuschauer, verfolgt Sie das genauso, wie Vivian gerade erzählt hat, wirklich jahrelang. Und mir, liebe Zuschauer, geht das selber schon so. Ich habe selber schon mal einen Blechschaden im Auto gehabt. Ich war mir selber keiner Schuld bewusst, aber ich musste trotzdem einen Teil des Schadens bezahlen. Wenn Ihnen das auch schon so gegangen ist, liebe Zuschauer, da muss man hier wirklich sagen, da kann eine Dashcam wirklich Gold wert sein. Weil hiermit können Sie wirklich beweisen, stichhaltig mit Bild und Ton, dass hier die Situation von Ihnen nicht verursacht wurde. Und dann ist wirklich so, dass die Versicherung des Gegners auch für Ihren Schaden vollkommen aufkommen muss. Und liebe Zuschauer, denken Sie auch daran, wenn Sie hier zu Unrecht beschuldigt werden, dann droht ja oft auch ein Eintrag im Verkehrszentralregister oder eben auch ein Bußgeld. Auch das können Sie hier mit einer Dashcam umgehen. Liebe Zuschauer, unsere HD-Dashcam, die Sie jetzt hier gerade sehen, ist eine vollwertige Dashcam mit G-Sensor, also einem Beschleunigungssensor und mit Bewegungserkennung. Und das ist wirklich hier der günstigste Einstieg in eine HD-Dashcam. 28,45 Euro, liebe Zuschauer, hier deutlich unter 30 Euro für ein richtig geniales Produkt hier, HD-Aufnahmen. Sie sehen sie übrigens gerade hier live im Video. Das sind Aufnahmen der Kamera und Sie sehen einfach, wie gestochen scharf hier HD-Qualität ist. Liebe Zuschauer, das Ganze hier mit Bewegungserkennung, G-Sensor ist ganz wichtig bei einer Dashcam, also starkes Beschleunigen, starkes Abbremsen und die Dashcam filmt automatisch. Das Ganze muss man wirklich sagen für einen konkurrenzlos günstigen Preis. Und da haben wir auch zahlreiche Zuschriften bekommen, 28,45 Euro hier der Spitzenpreis. So zum Beispiel aus Dittelsheim-Hassloch habe mir diese Dashcam gekauft, da ich gerade eine Woche vorher mit einem Pkw auf einem Parkplatz die Vorfahrt genommen bekam und riesige Diskussionen mit dem Fahrer hatte. Das passiert mir jetzt nicht mehr. Ich zeige die Aufnahme und es bedarf keines Kommentars mehr. Und das ist auch der Punkt. Jetzt schauen Sie heute hier diese Sendung und jetzt überlegen Sie. Dashcam, sollen Sie die bestellen? Ja, bestellen Sie die, denn Sie kennen Murphys Gesetz. In den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen, vielleicht sehen Sie irgendwas. Sie werden Zeuge und da denken Sie, Gott sei Dank haben Sie jetzt die Dashcam hier bestellt, die übrigens so zu Ihnen kommt. So ist es verpackt in der schönen Kartonage. Übrigens, hier gleich zugreifen mit der Bestellnummer NX 4249 und der 569. Andreas, jetzt sehen unsere Zuschauer hier die Sendung. Bestellen keine Dashcam. Das verfolgt einen ja dann auch das Leben lang. Da denkt man, ich habe es gesehen, aber nicht bestellt. Warum denn nicht? Liebe Zuschauer, das kann sich, das kann sich und wir sagen das nicht gerne, aber das kann sich im Nachhinein wirklich als Fehler herausstellen. Weil überlegen Sie bitte, Sie sind jetzt viel unterwegs. Es ist ja Sommer. Es ist ja so, man macht viele Ausflüge und oft, wenn es so heiß ist, ist man unkonzentriert. Und das kann natürlich zu einer oder anderen Unachtsamkeit führen, nicht unbedingt auf Ihrer Seite. Aber es sind ja ganz viele Autofahrer um Sie herum. Und da muss man halt immer damit rechnen, liebe Zuschauer, dass man hier mit in die Bredouille gezogen wird. Liebe Zuschauer, lassen Sie es nicht so weit kommen. Sparen Sie sich wirklich hier diesen unnötigen Ärger und diesen Frust. Das nagt an Ihnen. Bitte, liebe Zuschauer, einfach zugreifen. Das ist wirklich ein genialer Preis. Und Sie haben auch gerade gesehen, die Anbringung und Anwendung ist wirklich ganz, ganz kinderleicht, ganz simpel, ganz einfach. Da muss man nicht mal die Bedienungsanleitung lesen. So intuitiv ist hier die Bedienung. Und so einfach ist es auch jetzt hier zu bestellen. 28,45 Euro. Die kostet normalerweise laut UVP knapp 80 Euro. Deshalb bitte zugreifen mit der NX 4249 und der 569. Der einzige Grund, warum Sie die nicht bestellen, ist einfach nur der Grund, dass Sie sich jetzt für das nächste Modell entscheiden. Weil Sie sagen, Sie fahren viel Auto. Sie möchten da einfach auch das Beste haben, was es auf dem Markt gibt. Dann dürfen wir Ihnen das jetzt vorstellen. Richtig, liebe Zuschauer. Und das ist genau der Grund. Wer gewartet hat, liebe Zuschauer, hat jetzt auch noch die Möglichkeit, hier zuzuschlagen. Wir haben nämlich jetzt hier eine Full HD Dashcam. Also die Aufnahmequalität wird deutlich, deutlich besser. Und wir haben zwei Kameras für den Bereich vor dem Fahrzeug, für den Bereich hinter dem Fahrzeug und natürlich auch dann im Fahrzeug. Und Sie sehen auch hier die Live-Aufnahme von dieser Kamera, liebe Zuschauer. Und Sie sehen hier Full HD, eine sensationelle Qualität. Und Sie haben auch diesen kleinen Kameraausschnitt gesehen. Den werde ich Ihnen jetzt gleich auch noch mal zeigen. Und zwar sehen Sie hier oben und unten jeweils also einmal die Kamera, die hier für den Innenraum zuständig ist. Jetzt drehe ich ganz kurz und dann sehen Sie die Kamera, die für den Außenbereich vor dem Fahrzeug zuständig ist, liebe Zuschauer. Auch das hier ist eine vollwertige Dashcam mit G-Sensor. Also hier ist auch wirklich alles drin, was man braucht, um bestens ausgestattet zu sein. Vor allem aber hier natürlich ein absoluter Glanzpunkt ist einfach Full HD. Das ist die tolle Aufnahmequalität, liebe Zuschauer. Und man muss natürlich dann sagen, es steht hier 360 Grad und genau so ist das. Wenn man eine Kamera hat, nach vorne und nach hinten, dann hat man sowas wie eine 360 Grad rundum Überwachung und das Ganze während der Fahrt. Und noch mal an Sie der Appell, liebe Zuschauer. Natürlich nimmt so eine Dashcam tolle Bilder auf, keine Frage. Eine tolle Autofahrt, eine Urlaubsfahrt. Aber wirklich, wenn es wirklich hier zum, ja, jetzt nehmen wir das Wort in den Mund, zum Unfall kommt, liebe Zuschauer. Dann können Sie hier Ihre Unschuld eindeutig nachweisen. Dashcams werden immer beliebter. Es gibt ganz viele Gerichte, liebe Zuschauer. Die haben schon Urteil gesprochen aufgrund von Dashcam-Aufnahmen. Und dann ist es natürlich so, liebe Zuschauer. Sie werden schlaflose Nächte haben. Sie werden tagelang nachgrübeln. Wie kann ich meine Unschuld beweisen? Wie kann ich denn wirklich sagen, Mensch, warum glaubt mir denn keiner? Liebe Zuschauer, mit einer Dashcam hat das ein Ende. Da ist wirklich alles aufgezeichnet. Und dann glaubt man Ihnen auch. Wichtig ist natürlich, dass Sie gerade auch für dicht besiedelte Straßen wie die der Großstädte einfach eine Dashcam haben. Denn je mehr Autos auf der Straße sind, desto höher die potenzielle Unfallgefahr. Und so schreibt uns auch ein Zuschauer aus Hamburg, schnell installiert, einfach in der Bedienung und ein Helfer in der Not. Ich hatte gerade einen Autounfall. Und dank der Dashcam war die Sachlage auch sofort klar. Eine Anschaffung, die sich gelohnt hat. 123,45 Euro. Bestellnummer NX4498 und die 569. Die UVP, die sagt hier knapp 250 Euro. Und da wäre diese Dashcam auch jeden einzelnen Cent wert. Sie sparen zur UVP über 50 Prozent. Andreas, jetzt sprechen wir noch mal ein weiteres Thema an. Und das ist natürlich auch jetzt die Urlaubsfahrt. Viele Zuschauer fahren vielleicht auch in die Niederlande, mal eben zur See, wie man so schön sagt, nach Holland ans Meer. Ja, und da ist es natürlich auch so, dass gerade dann auch so eine Sprachbarriere noch mit dazu kommt. Eben, liebe Zuschauer, das ist auch ein ganz wichtiges Thema im Urlaub. Sie können sich mit den ausländischen Behörden ja oft nicht verständigen. Man spricht vielleicht ein paar Bröckchen der Sprache, Englisch auch, aber oft, das haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht, spricht man eben in anderen Ländern, Frankreich, Spanien, nicht so gut Englisch. Das heißt, man hat hier wirklich diese Sprachbarriere. Und dann mit den ausländischen Behörden, Polizei, dort wirklich oder Anwälten oder Gerichten möglicherweise zu korrespondieren und dann wirklich hier auch zu erklären, wie ein Unfall stattgefunden hat. Liebe Zuschauer, das kann man umgehen mit einer Dashcam. Und hier sind Sie wirklich auf der sicheren Seite. Hier haben Sie wirklich unsere Full-HD-Dashcam mit zwei Kameras. Hier ist die für den Innenbereich, liebe Zuschauer. Hier filmen Sie alles, was vor Ihrem Fahrzeug passiert. Sie haben hier die komplette Luxusausstattung eben mit G-Sensor. Das heißt, hier auch immer Aufnahmestart, sobald irgendwie ein Ereignis eintritt. Liebe Zuschauer, so ein Blechschaden am Auto, der geht in die Tausende. Das wissen Sie. Bleiben Sie nicht auf diesen Kosten sitzen, aber vor allem bleiben Sie nicht auf dieser Tatsache, wenn es dann wirklich so weit kommt, sitzen, dass man Sie zu Unrecht beschuldigt hat. Und ich muss wirklich sagen, das ist, was das nagt an uns, liebe Zuschauer. Und wenn Sie die Erfahrung auch schon mal gemacht haben, dann ist es heute, Sie erzählen wahrscheinlich heute noch von diesem Unfall damals, wo Sie gar nicht schuld waren, aber trotzdem irgendwie einen Teil der Kosten oder sogar alles bezahlen mussten und vielleicht sogar noch Strafe oder auch Bußgeld bekommen haben. Bitte ersparen Sie sich diesen Ärger. Ja, vergeben ist etwas, das muss man erst lernen. Vergeben und Sachen aus der Vergangenheit abzuschließen. Und wenn Sie sagen, das Vergeben nicht zu Ihren besten Charaktereigenschaften gehört, weil sie das so geärgert hat, dann ist eine Dashcam wirklich ein totales Muss. NX 44,98 und die 569 hier jetzt für die volle Kontrolle. 123,45 Euro und noch eine kleine süße Botschaft mit auf den Weg, dass Sie ab 150 Euro Porto- und Versandkostenfreie Lieferung bekommen und bestimmt noch was in den 5-Euro-Shows finden, was Ihnen gut gefällt. Oder generell auch hier im Programm. Vielleicht haben Sie schon einen Verdunstungsluftkühler bestellt oder aber greifen gleich auch bei unserer reduzierten Speicherkarte zu, die wir Ihnen gleich auch noch hier vorstellen dürfen. Nochmal kurz die Bestellnummer. NX 44,98 und die 569, 123,45 Euro Spitzenpreis. Und Andreas, deine Tendenz geht glasklar zu der Premium-Variante, oder? Ich würde es nicht grundsätzlich so sagen. Also man muss natürlich sagen, hier der günstige Einstieg, das ist schon auch eine geniale Angelegenheit, weil so günstig an die Dashcam kommen, da muss man wirklich sagen, ist schon toll. Liebe Zuschauer, wir haben hier aber noch für Sie dann auch eine Speicherkarte und zur Speicherkarte, liebe Zuschauer, muss man eins sagen, die ist für beide Dashcams geeignet. Also hier für die HD-Variante, für die Full-HD-Variante, wie Sie sich jetzt entscheiden, was Ihr Portemonnaie hergibt, das entscheiden Sie natürlich. Und dann bekommen Sie hier Markenqualität von Intenso mit 32 GB, schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Das heißt, liebe Zuschauer, hier ist wirklich so, dass Ihre Aufnahmen wunderbar gesichert sind auf dieser Intenso-Karte. Die können Sie natürlich auch für alles andere benutzen. Deshalb zu dem Preis gerne auch zwei oder drei, auch als Daten-Backup, einfach mitbestellen. 9,45 Euro Ihr Spitzenpreis, die Bestellnummer ZX2274 und die 569. Wir wünschen Ihnen eine gute und eine sichere Fahrt, die werden Sie jetzt haben mit der Dashcam, der Sonnenblende und vor allem mit dem Sonnenschutz. Viel Spaß!